Oh, und das da ist so nah an der Kante eigentlich. Du bleib mal kurz hier und leist mal kurz das hier ab. Kannst du nicht, okay. So, du kannst aber... Das heißt, du musst auch weg. Okay. Oh, ich habe eine tolle Idee. Okay, fällt mir gerade zu rein. Okay. 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 Das war's. Das war's. Okay, immer noch zu weit weg. Oh, der da ist nicht lose geworden. Oh, der da ist nicht lose geworden. Ah, ihr seid alle etwas gefährlich. Sorry, aber du hast sicher zuglückt. So, jetzt ist der locker. Jetzt sollten hier alle locker sein. Ach ja, und den kann ich wegmachen. Ich kann den hierher verschieben. Kann dich zum Aufräumssquad zurückschicken. Oh, sagt bloß, ihr seid fertig. Oh, seid ihr ja. So, das heißt, ihr zieht mal hierher um. Und ihr macht hier fertig. So, ich glaube, die Holzfelder brauchen im Augenblick keine so große Unterstützung mehr, was das Holz, den Holztransporter angeht. Und dann geht's. 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 Oh, schon fertig, ja? Dann wieder ab zum Cleanup. Hey, das läuft dann halt wie am Schnürchen hier. Mit den letzten Holzpfeilern. Könnten wir sogar in dieser Aufnahme-Session fertig kriegen. Und dann in der nächsten anfangen, wieder zu füllen. Also ja, ich könnte hier schon mal ein Flatten-Task erstellen. Ja, ich kann hier auch noch mal ein Flatten-Task. so ein zweck nehmen und noch einen fletten task erstellen dass wir erstmal hier füllen herum eine line sagt bloß der ist noch fest er ist tatsächlich noch fest so nichts mehr was wir aufräumen könnten wenn ihr schon beim fletten anfangen ja sobald das holz was wir noch hier haben aufgebracht ist wieso ist da eins achso den hat einer dahin getransportiert und einfach abgeschmissen das ist wenigstens auch ein schönes detail dass die baumstämme wissen dass die baumstämme sind und auch in solche wieder zurück transferiert werden weil sie ja abgelegt werden ja wieder die musik die absolut nicht in das spiel passt wenn es nicht in das spiel weil sie bis jetzt so sehr nach techno klingt oder nach science fiction so 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 mit dem holz sollte ich es auf jeden fall noch schaffen diese säulen hier zu bauen so 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 So, Dann arbeiten wir uns hier mal entlang. So, tu noch dahin und ihr dahin. So. Sollte die Arbeit einigermaßen verteilt sein. So, jetzt wird hier oben der Berg wieder abgetragen. Beziehungsweise die letzten traurigen Reste des Berges. So. Ich will viel Spaß beim Minern. So. 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 Gut, ich würde aber sagen, es ist mal jeder hier Zeit zu speichern. Wir haben es ja wenigstens geschafft, die Holzsäulen aufzustellen und mit dem Flatten auf der Seite anzufangen. Also speichern wir. Und machen einen Cut. Bis gleich.